Das Zauberpferd In alten Zeiten herrschte einmal ein unermesslich reicher Sultan. Er hatte einen stattlichen Sohn und eine Tochter so schön und rosig wie ein Granatapfel. Zu ihrem sechzehnten Geburtstag gab der Sultan in der Hauptstadt ein großes Fest. Da strömten von überall Menschen herbei, Fürsten aus Arabien, Syrien und Ägypten, Kaufleute und allerlei Volk, Spielleute, Vagabunden in wunderlichen, fremdartigen Trachten. In dieser bunt gemischten Menge war jedoch einer, der Aufsehen erregte. Es war ein Magier aus Indien, schwarzbärtig, hässlich, mit teuflischem Blick. Er führte ein Pferd aus Ebenholz mit sich. Ruhig schritt er durch die verwunderte gaffende Menge auf den Sultan zu und sprach. Großer Herrscher von Persien, erlaubt, dass ich zu Ehren eurer Tochter die Künste meines wunderbaren Pferdes vorführe. Sei willkommen, Fremder, und sag, was hat es mit deinem Pferd auf sich? Dieses Pferd, Majestät, bringt jeden, den es trägt im Fluge, überall hin, über Meer, Gebirge und Wüsten, wo immer sein Gebieter es will. Ich würde es euch für einen ganz bestimmten Preis verkaufen. Das wäre in der Tat ein unschätzbarer Besitz. Was meinst du, mein Sohn Firus-Schar? Herr Vater, erlaubt, ich kann nicht an die Wunderkräfte des Pferdes glauben, bevor ich mich nicht mit eigenen Augen davon überzeugt habe. Ich will euch gern eine Probe geben, Majestät. Wo beliebt es euch, mich hinauszuschicken? Siehst du dort blau in der Ferne den hohen Berg? Dorthin reite! An seinem Fuße steht eine Palme mit ganz besonderen Datteln. Davon bringt mir zum Zeichen, dass ihr dort gewesen seid. So gleich, Majestät. Nun gebt alle acht. Lasst eure Sternkucker mich verfolgen. Darauf schwang er sich in den Sattel und rief. In wenigen Augenblicken bin ich zurück. Dann drehte er einen Wirbel am Hals des Pferdes und sofort hob es sich vom Boden auf und entschwand pfeilschnell den blicken der Zuschauer. Nach zwei Minuten tauchte es wieder auf. Der Inder ließ es vor dem Sultan auf die Erde nieder, stieg ab und sprach. Hier sind die Datteln, Majestät, die ihr verlangtet. Seid ihr nun überzeugt? Wahrhaftig! Ich habe nie etwas so Wunderbares gesehen. Denkt nur, mein Sohn, Prinz Firus Shah. Wir hätten es in unserem Besitz. Alle Könige würden uns darum beneiden. Es würde uns reicher und mächtiger machen, als je ein Herrscher gewesen ist. Hört, Fremdling! In meinem Land sind viele prächtige Städte. Ihr könnt euch als Preis für das Pferd eine davon aussuchen. Dieses Angebot, großer Sultan, verzeiht, kann und will ich nicht annehmen. Nur unter einer Bedingung werde ich euch das Zauberpferd überlassen. Ihr müsst mir eure Tochter zur Frau geben. Nach diesen Worten herrschte einen Augenblick Totenstille. Der Sultan selbst war sprachlos vor Zorn und Unwillen über das kühne, unverschämte Verlangen des alten Magiers. Doch im Grunde seines Herzens hatte die Gier nach dem wunderbaren Gegenstand schon gesiegt. Und so sagte er Fremder, ihr seid wahrhaftig ein großer Meister. Bleibt als Gast in meinem Palast. Ich will euren Vorschlag in Ruhe überdenken. Darauf ging der Sultan in sein einsamstes Gemach. Der Prinz Firus Shah aber, der mit Empörung zugehört hatte, folgte ihm und sagte, Mein Vater verzeiht, ich finde eure Rede nicht recht. Ihr wollt doch nicht etwa diesem dreisten alten Gaukler eure Tochter zur Frau geben, für eine ungewisse Zauberei meine Schwester verkaufen. Prinz Firus, ich glaube, du hast gewiss den unschätzbaren Wert des Pferdes nicht richtig gewürdigt. Sag, soll ein anderer Fürst sich rühmen, es zu besitzen? Unsere Booten, Karawanen, Armeen damit überfliegen? Das könnte ich nicht ertragen. Aber bedenkt doch, eure zarte Tochter in den Händen dieses Greises. Sein Gesicht ist voller Runzeln, der Mund voller Zahnlücken, seine Nase ist wie eine rotbraune Winterrübe. Beruhige dich, mein Sohn. Noch habe ich seinen Vorschlag ja nicht angenommen. Vielleicht bescheidet er sich doch mit einem anderen Preis. Was meinst du, soll ich ihm bieten? Gebt ihm drei der reichsten Städte. Doch vorher möchte ich selbst einen Versuch mit dem Pferd machen, denn es könnte ja sein, dass es nur dem Zauberer gehorcht. Du bist klug. Tue das. Sei aber vorsichtig. Darauf ging er mit dem Prinzen zu dem Inder zurück und sagte, Höre, Fremder! Ich will sehen, ob uns das Pferd den gleichen Dienst erweist wie dir. Hilf meinem Sohn in den Sattel. Der Prinz aber hatte sich bereits geschickt hinaufgeschwungen und an dem Wirbel gedreht. Augenblicklich stieg das Pferd hoch in die Lüfte und verschwand feilschnell in den Wolken. Da ergriff den Sultan plötzlich große Angst um seinen Sohn und er rief, Beim Propheten, wenn ihm ein Unglück zustößt! Das ist wohl möglich. Doch ist es meine Schuld nicht. Doch gewiss, warum habt ihr nicht zurückgerufen? Ihr wart doch selbst Zeuge, dass mir keine Zeit dazu blieb. Und alles Rufen wäre nutzlos gewesen, denn der Prinz kennt das Geheimnis des zweiten Wirbels nicht, mit dem er das Pferd zur Erde zurücklenkt. So ist er in Todesgefahr. Mein einziger Sohn, der Erbe meines Thrones. Majestät! Meine Schuld ist es nicht, wenn er bis zum jüngsten Tag durch die Luft dahin sausen muss. Oh, du heimtickischer Schwarzkünstler! Du sollst mit deinem Kopf für sein Leben haften. Ist mein Sohn binnen drei Monaten nicht unversehrt zurück, so geht es dir ans Leben. Wachen! Werft ihn in den Kerker! Schickt die Spielleute zum Tor hinaus! Sagt alle Festlichkeiten ab! Der Erbe des Reiches ist verloren! Prinz Firus Shah war indessen auf dem Pferd hoch in die Lüfte gestiegen. Voller Freude dachte der Prinz, Oh, wie herrlich ist es, durch die klare blaue Luft dahin zu fliegen! Wie zauberhaft liegt unsere Hauptstadt unter mir! Wie ein kleines Schmuckkästchen mit blauen, grün-goldenen Edelsteinen vom Silberband des Stromes durchzogen! Doch immer höher und schneller flog das Pferd. Die Erde unter ihm verschwand und die Nacht brach herein. Da wandelte sich die Freude des Prinzen in Furcht. Und er dachte, Ich muss zur Erde zurück! Aber wie soll ich es anstellen? Ich will den Hebel wieder zurückdrehen, der das Pferd aufsteigen ließ. Aber was ist das? Nun schieße ich nur noch schneller dahin! Geradewegs auf den Mond zu! Dort muss ich zerschellen! Ich bin verloren! Oh Allah! Hätte ich doch nie das Zauberpferd bestiegen! Oh Allah! So strafst du Allmächtiger meinen Übermut! Ich wollte fliegen! Es war nicht recht, denn du hast den Menschen diese Gabe nicht verliehen! Ich habe durch meinen Hochmut diese Strafe verdient! Doch sei mir gnädig, Allah! Lass mich alle Verstandeskräfte zusammennehmen und lass nicht die Angstherrschaft gewinnen über meine Seele! Da ließ ihn Allah am rechten Ohr des Pferdes den zweiten Wirbel finden. Der Prinz drehte daran und augenblicklich senkte sich das Pferd zur Erde nieder. Wo landete der Prinz Firus-Schar? Er wusste es selbst nicht. Er spähte in der Finsternis umher und dachte Wie seltsam! Wohin bin ich nur geraten? Vorsichtig tastete er sich an einer Marmorbalustrade entlang und nach etwa 50 Schritten kam er an ein Gittertor. Es ist nur angelehnt und öffnet sich zu einer Treppe die gewiss ins Schloss führt. Gnädiger Allah! Du hast mich eben vom Tode befreit. Leite mich auch jetzt und gib mir Mut und Einsicht dass ich das Richtige tue. Darauf öffnete er das Tor und stieg hinab. Er gelangte in eine große Vorhalle. Der Mond war voll hervorgetreten und beleuchtete eine große Zahl von Wachen die schlafend am Boden lagen. Neben ihnen blitzten Schwerter. Der Prinz blieb zunächst zögernd stehen doch dann dachte er Warum sollte ich nicht weitergehen? Habe ich doch nichts Unrechtes im Sinn. Dort am Ende des langen dunklen Ganges schimmert ein freundliches sanftes Licht. Auf Zehenspitzen gelangte der Prinz zu einem rotseidenen Vorhang. Er schob ihn ein wenig zur Seite. Zögernd blieb er stehen und dachte Soll ich jetzt umkehren? Nein, es wäre nicht mutig. Hat mich Allah hierher geführt so muss er eine Absicht damit haben. So schob denn der Prinz den Vorhang ganz beiseite und blickte in ein Gemach von märchenhafter Pracht. Eine kleine Ampel warf ihren Schein auf glutfarbene Teppiche und Perlmutzschillernde Wände. In der Mitte erhob sich ein Baldachin über einem hohen, purpurnen Lager. Ein Mädchen ruhte darauf und schlief. Vorsichtig, auf Zehenspitzen näherte sich der Prinz. Und bei ihrem Anblick sank er bebend vor Verwunderung an ihrem Lager nieder und sagte Ist dies Wirklichkeit? Kann ein Mädchen so schön sein? Sie ist wie eine in einem kostbaren Gefäß zu Menschengestalt aufblühende Orchidee. Prinzessin, ich muss euch wecken. Ich muss eure Augen sehen. Sanft und tiefblau wie den Nachthimmel, denke ich sie mir. Da erwachte sie und sah ihn an still und verwundert und schwieg. Der Prinz aber sagte Prinzessin, erschreckt nicht. Verzeiht, dass ich eingedrungen bin ohne Recht. Doch das Schicksal und Allah führte mich zu euch. Sagt mir, wo bin ich und wer seid ihr? Ich bitte um euren Schutz. Da sagte die Prinzessin ruhig und ohne Furcht. Ich bin die Prinzessin von Bengalen, schöner fremder Jüngling. Dies ist mein Schloss. Mein Vater ließ es für mich erbauen, nicht weit von der Hauptstadt, in einem freundlichen, fruchtbaren Garten. Ihr seid hier in Sicherheit, denn ihr seid fein und gesittet. Doch sagt mir euren Namen. Ich bin Prinz Firus Shah aus Persien. Der Prinz von Persien? Sagt, warum sucht ihr Hilfe bei mir und wie seid ihr hergekommen? Verfolgt euch jemand? Das nicht. Aber ich glaube, ich habe einen gefährlichen Feind. Wer ist es? Ein Magier aus Indien. Ich will euch alles berichten, was ich erlebt habe. Da erzählte der Prinz seine Geschichte vom Fest, dem Flug auf dem Zauberpferd und wie er ins Schloss gelangt war. Dabei blickte er das Mädchen mit Verlangen an und sie horchte, erregt, doch mit liebevollem Blick. Als der Prinz geendet hatte, sprach sie, Wahrhaftig, ihr habt ein kühnes Abenteuer bestanden. Ach, liebste Prinzessin, all diese Schrecken würde ich noch einmal auf mich nehmen, um in euer liebes Antlitz sehen zu können. Ich habe auf Hoffesten und Kriegsfahrten viele edle Mädchen gesehen, aber keine gleicht euch. Ihr beschämt mich, doch hat euch Allah zu mir geführt, so sollt ihr auch in meinem Schloss verweilen. Wie gerne bliebe ich, aber ich muss zu meinem Vater zurück. Er würde sich sonst vor Gram nichts über mein Schicksal zu wissen verzehren. So bleibe wenigstens einige Tage, Prinz. Hört, wir gehen in meinem Wildpark jagen, geben Festmäler und fröhliche Vergnügungen. So bleibt. Da konnte der Prinz nicht widerstehen. Er blieb. Aus den Tagen wurden in Liebe und Kurzweil fast drei Monate. Aber eines Tages besann sich der Prinz und sagte, Teuerste Prinzessin, ich liebe euch sehr, aber dennoch darf ich die Pflicht gegen meinen Vater nicht verletzen. Ich muss fort. Doch bevor ich abreise, sagt mir, wollt ihr meine Frau werden? Prinz Virus, es wäre mehr, als ich mir zu wünschen wagte. So habe ich, schönste Prinzessin, eine kühne Bitte an euch. Wollt ihr mir erlauben, euch sogleich in meine Heimat mitzunehmen? Meine Eltern werden euch gewiss mit Freuden empfangen. Aber mein Vater, wird er mir nicht zürnen? Gewiss nicht. Gleich nachdem wir angekommen sind, werden wir eurem Vater eine feierliche Gesamtschaft mit kostbarsten Geschenken schicken. Sie soll für mich werben. So will ich mit euch gehen, mein Prinz. Gleich als der Morgen dämmerte, bestiegen sie das Zauberpferd. Und als die Sonne am nächsten Tag aufging, wies der Prinz auf den Horizont und sagte, Irikizai, Prinzessin, siehst du dort die blau-goldenen Kuppeln? Es sind die Kuppeln unserer Hauptstadt. Die größte erhebt sich über dem königlichen Palast. Wie herrlich! Ich freue mich! Liebe Prinzessin, ich kann dich nicht gleich dorthin bringen, sondern lasse dich diese Nacht in einem Lustschloss vor der Stadt. Ich muss erst einen würdigen Empfang für dich vorbereiten. Morgen hole ich dich dann mit großem Gefolge ab. Darauf hielte das Zauberpferd vor einem Parkschlösschen an und führte die Prinzessin in ein schönes Gemach. Dann ritt er auf einem feurigen Araberhengst in die Stadt. Das Volk jubelte ihm zu und der Sultan kam ihm entgegen, umarmte ihn und weinte vor Glück und Freude. Nun erzählte der Prinz sein ganzes Erlebnis. Auch seine Verlobung mit der Prinzessin Irikizai von Bengalen verschwieg er nicht. Als er geendet hatte, warf er sich vor dem Sultan auf die Knie und sprach Mein Vater, verzeiht mein langes Ausbleiben und gebt mir eure Zustimmung zu dieser Heirat. Steh auf, Firus Shah. Ich kenne deine Klugheit und dein sicheres Urteil und bin gewiss, dass deine Wahl richtig ist. Ich selbst will deine Braut hierher führen. Gleich heute Morgen wollen wir alles für die glanzvolle Hochzeit anordnen. Doch vorher muss ich den Inder aus dem Gefängnis befreien. Was ist mit ihm, Vater? Gleich wirst du's hören. Als der Magier vor den Thron geführt wurde, sprach der Sultan, Du solltest mit deinem Kopf für meinen Sohn bürgen. Danke dem Propheten, dass es nicht mehr nötig ist. Der Prinz ist zurückgekehrt. Am letzten Tage der Frist. Du bist frei, aber verlasse noch heute mein Reich. wie ihr es befehlt. Aber ich sage euch, ihr werdet mich nicht vergessen. Darauf verließ er mit grimmigem Gesicht den Palast und dachte böse bei sich. Ahnten Sie, dass ich von der Hochzeit des Prinzen erfahren habe und den Kerkawachen abgelauscht habe, wo sich die Prinzessin vom Bengaren auffällt. Mit einem Araberhengst, hörte ich, ist der Prinz in die Stadt geritten. Also muss das Zauberpferd bei der Prinzessin sein. Ha ha, jetzt kann ich Rache nehmen, großmächtiger Sultan. Jubelt nur, bereitet eine glanzvolle Hochzeit vor. Indessen wird euer Glück schon von mir vereitelt. Mit grimmiger Freude lief er eiligst zu dem Parkschlösschen und sagte zum Verwalter, Der Sultan hat mich beauftragt, die Prinzessin in den Palast zu führen. Dort will er sie mit seinem Sohn vor dem ganzen Volk empfangen. Der Verwalter ahnte nichts Böses und ließ die Prinzessin auf den Schlosshof führen, wo noch das Zauberpferd stand. Sogleich schwang sich der Inder in den Sattel, hob das Mädchen hinter sich aufs Pferd und stieg mit ihr in die Luft empor. Über der Stadt senkte er das Pferd ein wenig herab und umkreiste mit teuflischem Lachen den Palast. Da riefen die Leute in großer Bestürzung, Seht nur, großer Sultan, der indische Gauker, der Ruchlose, bei Allah, er führt ein Mädchen. Vater, es ist meine Braut. Jetzt ist es meine. Oh, du gottloser, schändlicher Betrüger. Gib sie zurück. Niemals. Du wolltest mir deine Tochter nicht geben, so nehme ich dir die Braut deines Sohnes. Großmächtiger Sultan, jetzt bist du machtlos. Doch der Gerechtigkeit des ermächtigen Propheten entgehst du nicht. Schändlicher Geruchlose bei Allah. Höhne schlachend setzte der Inder seinen Flug fort. Da sagte der Sultan zu dem verzweifelten Prinzen, mein Sohn, ich habe dein Unglück verschuldet. Ich hätte dein Urteil hören sollen am Tage des Festes, aber meine Machtgier siegte über meine Vorsicht. Nein, Vater, ich trage selbst die Schuld. Ich habe meine kleine Prinzessin allein gelassen und dieser Gefahr ausgesetzt. Ach, wie wird es ihr ergehen in den Händen dieses grausamen Bösewichts. Aber wir dürfen nicht verzweifeln, Vater. Ich werde mich sogleich als derwisch verkleiden und fortziehen sie zu suchen. Wohin in der weiten Welt willst du dich wenden? Das weiß ich nicht, aber ich bin entschlossen sie so lange zu suchen, bis ich sie gefunden habe. Ich liebe sie so sehr, dass ich ohne sie nicht mehr in Ruhe leben könnte. So zieh denn hin, mein Sohn. Allah schütze dich und führe dich. Indessen war der Inder mit der Prinzessin schon weit fortgeflogen. Als sie am Abend in einem Walde rasteten, begann die Prinzessin laut zu weinen und ihr Schicksal zu beklagen. Da kam eine Schar fürstlich gekleideter Jäger heran. Neugierig umringten sie das verzweifelte Mädchen und schauten es an. Der Anführer aber trat zu dem Inder und fragte ihn Wer ist diese schöne Frau? Warum lasst ihr sie so herzzerreißend weinen? Das geht euch nichts an. Doch gewiss, denn ihr befindet euch in meinem Lande. Ich bin der Sultan von Kaschmir. Antwortet! Was ich mit dir habe ist meine Sache. Sie ist meine Frau und Sklavin. Das ist nicht wahr! Glaubt diese Mann nicht! Er ist ein ganz grausamer Zauberer! Weg! Elende! Nein, ich will jetzt reden! Hört, dieser Mann hat mich geraubt und entführt! Helft mir! Rettet mich aus seinen Händen! Ich bin die Prinzessin Irikizai von Bengalen! Mein Bräutiger ist der Prinz von Persien! Sie ist nicht bei Sennen! Sie lügt! Ich höre sehr wohl, falscher Frendling, dass sie die Wahrheit spricht! Ihre Schönheit und ihre Anmut im Schmerz beweisen es mir! Meine Getreuen erfasst ihn! Und ehe sich der Inder auf das Pferd schwingen konnte, ergriffen sie ihn und der Sultan von Kaschmir sprach So du Elender! Ich selbst will dir den Dolch ins Herz stoßen! Barmherzigkeit erbarmen! Mit so ruchlosem wie dir? Niemals! Da! Oh schrecklich! furchtbar! Doch so musste Allahs Strafe ihn treffen! Schweigend scharrten die Jäger den Leichnam ein. Dann nahm der Sultan die Prinzessin auf sein Pferd und brachte sie in seinen Palast. Sie war sehr glücklich über ihre Befreiung, doch die Freude dauerte nicht lang. Der Sultan nämlich war von ihrer Schönheit so bezaubert, dass er sich gleich am nächsten Tag mit ihr vermählen wollte. Sie aber war entschlossen, um keinen Preis ihr Wort zu brechen, das sie dem jungen Prinzen Firus Schah gegeben hatte. In ihrer Not stellte sie sich so, als sei ihr Verstand verwirrt. Sie stieß schrille lauter aus und tat, als wollte sie dem Sultan die Augen auskratzen. Da ließ er die besten Ärzte seines Reiches kommen, aber keiner konnte sie heilen. Nun sandte er Eilboten in alle Länder, um die berühmtesten Gelehrten der Medizin an seinen Hof zu rufen. Aber sie waren alle erfolglos wie ihre Vorgänger. Alles war umsonst. Indessen war der Prinz durch viele Reiche gewandert und kam auch in das des Sultans von Kaschmir. Eines Tages hörte auch er die Geschichte von der Geistes Krankheit der Prinzessin von Bengalen. Augenblicklich fuhr es ihm in den Sinn Das ist sie meine liebliche Braut. Oh endlich habe ich sie gefunden. Ich werde sie wiedersehen. Ich will mich als Arzt verkleiden, wie den Bart eines Gelehrten ankleben und mich zum Hof des Sultans begeben. Als er im Palast ankam, wurde er sogleich zum Sultan geführt. Der Prinz verneigte sich und sprach Majestät, ich bin ein Arzt aus Persien, wo man sich auf die Heilkunst sehr wohl versteht. So seid willkommen, obwohl ich habe keine Hoffnung mehr. Bisher hat jeder Arzt ihren Wahnsinn nur noch verschlimmert. Das kommt nur von der Unkenntnis der Heilkunst dieser Ärzte. Majestät, seid beruhigt. Ich besitze bewährte Mittel. Ich werde sie heilen. Doch muss ich sie alleine sprechen. Das sei euch gestattet. Als der Prinz nun das Gemach der Prinzessin betrat, sah sie ihn wild an und begann zu schreien. Fort, fort, du Quacksalber, du Giftmischer, fort hinaus, sonst zerkratze ich dir das Gesicht. Prinzessin, seid ruhig. Erkennt ihr mich nicht? Ich bin es doch. Ich bin kein Arzt. Ich bin euer Prinz, Firus Schar. Ihr, seid, ihr seid? Ja, geliebte Eriki sei, meine Prinzessin, euer Bräutigam. Jetzt erkenne ich euch, so habt ihr mich doch noch gefunden. Durch Allas Fügung. Oh, Prinz, nie hätte ich dies zu hoffen, nie zu träumen gewagt. Und nun ist es doch wahr. Aber still jetzt, es wäre alles verloren, wenn man uns belauscht. hört, ich habe mich als Arzt verkleidet, um euch zu befreien. Das Zauberpferd soll uns in ein glückliches Leben tragen. Wisst ihr, wo es ist? Es steht in der Schatzkala. So wird mein Plan gelingen. Vertrau auf mich und tue alles, was ich dir sagen werde. Oh, ganz gewiss. So lebt denn wohl. Darauf ging der Prinz zum Sultan und sagte, Majestät, ich habe die Prinzessin fast völlig geheilt. Sie ist ganz ruhig geworden. Doch erzählte sie von einem Zauberpferd, auf dem sie in euer Land gekommen ist. Wisst ihr etwas davon? Es ist das sonderbare Pferd aus Ebenholz. Es steht in meiner Schatzkammer. Doch niemand weiß, worin sein Wert besteht. Ich sage euch, es ist verzaubert. Und von diesem Zauber hat die Prinzessin etwas angenommen. Doch ich kann ihn durch gewisse Verfahren austreiben. Wie wollt ihr das durchführen? Nun, einfach ist es nicht. Dennoch ist mir der Erfolg gewiss, wenn ihr mir eure Hilfe zusagt. Die will ich euch gewähren. Was also soll ich tun? Lasst morgen jenes sonderbare Pferd auf den Palastplatz stellen. Die Prinzessin soll das Gewand ihrer Trauer ablegen und kostbar geschmückt erscheinen und das Pferd besteigen. Ist dies getan, so verspreche ich, dass ich die Prinzessin in wenigen Augenblicken durch eine kurze Räucherung ganz gesund machen werde. Rätselhaft und sonderbar wie diese Krankheit mag wohl auch ihre Heilung sein. Das lässt sich denken. Am nächsten Tag wurde das Pferd auf den Palastplatz gestellt. Neugierig strömte das Volk herbei und drängte sich, das sonderbare Schauspiel zu genießen. Die Prinzessin erschien. Totenstille. Sie war zart und zauberhaft geschmückt. Der Prinz hob sie aufs Pferd. Dann entzündete er Rauchkerzen und murmelte etwas. Ein dichter Rauch stieg auf, er umhüllte das Pferd und niemand konnte es mehr sehen. Blitzschnell schwang sich der Prinz hinauf, drehte den Wirbel und sogleich hob sich das Pferd in die Luft. Da rief der Prinz dem Sultan mit lauter Stimme zu. Sultan von Kaschmir, die Prinzessin hat dich um deinen Schutz angefläht. Du aber wolltest sie zwingen dich zu heiraten. Um mir die Treue zu wahren hat sie sich wahnsinnig gestellt. Merke dir, Liebe lässt sich nicht erzwingen, wahre Treue lässt sich nicht brechen. Ich bin ihr Verlobter Prinz Pferd Schar von Persien. Doch da du sie auch geliebt hast, trifft dich keine Schuld und keine Rache. Noch am gleichen Tag erreichten sie den Palast des Vaters. Der alte Sultan war überglücklich. Er umarmte den Prinzen und die Prinzessin und es wurde eine Hochzeit gefeiert, wie man sie so strahlend noch nie gesehen hatte. Nach dem Tode des Sultans aber bestieg der Prinz den Thron seiner Väter und seine Regierungszeit war lang und glücklich. Musik